So, da wären wir wieder. Wir befinden uns immer noch im Livestream auf Twitch. Die neue Deckstufe ist da und wir wollen Tickets einfordern. 694 plus noch ein paar. Ja, so 700 Tickets haben wir am Start. Und da gehen wir doch jetzt direkt mal rein und ziehen hier ein paar schöne Karten raus. Wir haben sogar noch die Bonuschance auf Promo, Männlich, SummerSlam 19 Karten. Brauchen wir nicht unbedingt. Wir wollen die neuen Karten. Oder eine Lacey Evans nehmen wir doch auch gerne mit. Auf WM36. Fortify auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Zweites Pack in 3, 2, 1. Let's go. Ah, das wird doch garantiert hoch trainieren sein. Jawohl. Alles Schmutz. Drittes Pack. Jinder in 3, 2, 1. Ah, der Undertaker hier schon wieder. Damit wird er auch Pro. Sehr gut. Den Undertaker. Den können wir gerne nochmal ziehen. Aber auf der neuen Stufe. Wir haben 36. Hochtrainieren. Jawohl. Brauchen wir auch nichts von. Nächstes Pack. 25 Tickets. 3, 2, 1. Let's go. Schmutz. Das müsste fast Minimum gewesen sein gefühlt. Nächstes Pack. Let's go. Wieder eine Promocard. Velveteen Dream. Den habe ich noch gar nicht. Sehr schön. Damals habe ich ja kein Glück gehabt. Keine dieser Karten bekommen. Nicht schlecht. Aber jetzt brauchen wir nochmal eine Karte der neuen Deckstufe. Ah, nee. So nicht. So nicht. 3, 2, 1. Let's go. Velveteen Dream. Müsste der jetzt auch Pro sein auf jeden Fall. Na. Keine WM36 Karte. Schade. Zack. Nächstes Pack. Knapp 500 Tickets haben wir noch. 3, 2, 1. Feuer frei. Gib doch wenigstens die WM36 Karte. Nächstes Pack. Wird wild. Oder auch nicht. Aber eine WM36 Karte. Bianca Bair. Das ist gut. Das ist gut. Die nehmen wir mit. Ich würde doch sogar noch männliche WM36 Karten mitnehmen. Für F2 und F3. Aber natürlich auch gerne eine Vengard und eine Rumble Karte. 3, 2, 1. Feuer frei. Ich habe noch 398 Tickets. Also sage ich mal 400 haben wir noch. Elemente in zwei Packs. Okay. Dann ist ja hier Schrott drin. Und jetzt kommt die Elemente Karte in 3, 2, 1. Zu wild. Da ist die Elemente Karte. Du musst sagen, dass du eine möchtest. Okay. Lieber Katzenpapa. Ich möchte gerne Elemente Superstar Karte im nächsten Pack. Jetzt. Öffne mit deiner Nase. Wahrscheinlich. 3, 2, 1. Let's go. Alter. Hier ist ja nur Schmutz drin. Nur Schmutz. Alter. Ich raste aus, Jungs. Ich raste aus. Mit dem Mittelfinger öffnen. Okay. Das können wir machen. Auch nicht mal eine WM36. Nein. Es wird Schrott hoch trainieren. Ich sage einfach nichts mehr jetzt. Der pennt gerade. Oh, Bait. Becky Lynch. Oh, es geht doch. Edge. Und was für eine Karte. Woo. Baby. Jungs, Jungs und Mädels. Gutes Pack. Sehr gutes Pack. Guckt euch das Pack mal an. Davon bitte noch zwei. Kappa. Da. Zeig doch uns. Du nicht mehr. Du hast deinen Lack jetzt gekriegt. Jetzt reicht's. Ah, Roderick Strong brauchen wir nicht. So, jetzt aber letztes Ticket Pack. Kasper, komm mal her. Kasper, gönn uns das mal jetzt hier. Kasper Pack incoming. Ja, du drück doch auf da, Junge. Ach, Kasperle. Kasperle. Wenigstens noch nur Naomi. Rod gönnt heute mal. So, die LP, äh nee, die Ticket Packs haben wir durch. Da haben wir noch ein paar LP Packs. Zwölf Stück an der Zahl. Die werden wir jetzt noch öffnen. Mal schauen, ob wir noch eine Karte bekommen in der neuen Stufe. Oder nicht. Ich hoffe ja mal auf ja. Hier die Rhea Ripley wird schon angezeigt. Würde ich nehmen. Rumble bis, 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 bis Elemental. Elemental. Blu, blu, blu. Mal schauen, ob wir hier mehr Glück haben. Oder gleich viel Glück wenigstens. Ah, Minimum Pack schon mal. Minimum Pack. Auch keine neuen Karten. Vielleicht mit runterzählen. Drei, zwei, eins. Let's go. Ray Mysterio. Und wir haben noch eine WM36 Karte. Diva. Murphy. Ray Mysterio haben wir übrigens vorhin weggelöscht. Auf Ehre. Der wäre jetzt F1 gewesen. Mein Pull war Dakota Kai. Nice. Den vierten Pack. Save Elemental. Nächstes Pack. Zehn Packs haben wir noch. Drei, zwei, eins. Let's go. Rhea Ripley. Nice. Und noch eine WM36 Karte. Sheamus. Sheamus. Okay. Nehmen wir mit. Wild Area. Let's go. Minimum Pack. Minimum Pack. Habt ihr gesehen, wie Batista uns angegrinst hat? Da kommt er. Nicht. Oh, Ric Flair. I see what he did there. In drei Packs. Risa. Och, man. Man, come on. Wir brauchen eine Elementarkarte. Bitte. Da ist er. Katze wäre jetzt eh weg gewesen. Drei. Zwo. Eins. Gun. Angelo Dawkins. Ja. Nehme ich mit. Der Denker. Nehmen wir mit auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir noch eine kriegen. Wir haben ja noch fünf Packs. So, hast mich gezogen. Let's go. Oh, drei WM36 Karten. Damien Priest, Mustafa Ali. Wer war die erste Karte? A-Cam. Okay, ja, gut. Vier Packs noch. Drei, zwei, eins. Gönnung. Minimum Pack gegönnt. Let's go. WM36. King Corbin. Müsste sogar unsere erste F3 Karte sein. Zwei Packs noch. Seth Rollins. F2. Oder F3 auch. F2, glaube ich. Und das letzte Pack. Mit dem Beat hier. Bam. Ah, nochmal drei WM36 Karten. Bray Wyatt. Kay Lee Ray. Und. Trend 7. Gucken wir mal nochmal rein, was wir jetzt alles gekriegt haben. Schön ist. Drei Karten. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit mehr gerechnet. Den guten The Rock, aber wir haben gute Karten gekriegt. The Rock, Edge und Angelo Dawkins. Nicht so verkehrt, würde ich sagen. Jo, das waren die Ticket und Packs. Drei Karten, ganz in Ordnung. Könnt ihr nochmal eure Ausbeute drunter schreiben. Und ansonsten gerne ein Like da lassen. Und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.